Wir sind gerade bei ASRock oder ASRock wie auch immer und hier werden schon X870 Boards gezeigt. Riesenproduktpalette wie ihr sehen könnt. Wir haben das Tai Chi, Tai Chi Lite, Nova, das Pro, das Legend und das Riptide und sind auf jeden Fall sehr schicke Boards. Hier haben wir noch quasi den alten Mechanismus, den wir ja auch von älteren Boards kennen, um die M.2 Kühler abzumachen. Nichtsdestotrotz funktioniert das Ganze. Wir haben gleich auch noch ein paar andere Boards, die Ende des Jahres kommen und die könnten für einige von euch auf jeden Fall auch sehr interessant sein. Denn Intel bringt ja auch mal mit CPUs auf den Markt, nicht nur AMD und das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Was Anschlüsse angeht, hier haben wir auch USB4 am Start, wie halt auch bei anderen Herstellern und insgesamt wirken die Boards sehr, sehr schick und auch sehr schlicht teilweise. Wir haben wieder weiße Boards am Start. Das geht aktuell wieder ein bisschen hoch, muss man sagen. Haben wir jetzt ja auch bei ASRock oder MSI gesehen, dass da das Ganze so in diese Richtung geht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die neuen Intel Boards an. Wie gesagt, wir sind jetzt bei einigen neuen Boards von ASRock für die neuen Intel CPUs. Es ist noch nicht hier quasi dran geschrieben. Ihr seht, es heißt nur Tachi Aqua. Aber hier kann man dann oben schon erkennen, Z890. An einigen Verdrücken sieht man es nicht. Es ist noch ein bisschen versteckt. Aber es ist ganz klar anhand dessen Board, dass wir hier Z870 für uns haben. Und wenn wir mal gucken, 33 Phasen. Ob das was Positives heißt, weiß ich nicht. Aber immerhin, die Spannungsversorgung ist am Start und dann auch noch 110 Ampere. Zumindest bei dem Tachi Aqua. Bei dem Nova zum Beispiel haben wir dann trotzdem 25 Phasen mit 110 Ampere. PC Express 5.0 ist am Start. Auf mehr möchte ich noch nicht eingehen. Man kann auch mal kurz gucken hier in den Sockel. Wir haben ein paar mehr Pins, wie man sieht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schick. Einige coole Produkte bei. Und das Ganze wird dann gelauncht in der zweiten Hälfte 2024. Wann genau können wir euch noch nicht sagen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken noch mal, ob ASRock noch irgendwas anderes Interessantes hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann rein damit in die Kommentare. Vielleicht können wir euch das schon beantworten. Ja, ich muss noch mal auf etwas eingehen, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar hier beim Tachi Aqua. Schaut euch mal das I.O. Panel an. Wir haben hier so viele Typ C-Anflüsse. Insgesamt acht Stück. Beziehungsweise zehn sogar. Und das ist krass. Also da erhoffe ich mir den Weg hin. Weil ihr könnt das Ganze nicht mehr falsch einstecken, wie ihr es von Typ A kennt. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Fürs Soundpanel haben wir übrigens auch noch mal zwei Anflüsse. Also insgesamt haben wir dann zwölf USB-Typ-C-Anschlüsse. Also besser geht's nicht. Für den einen oder anderen wird es wahrscheinlich nicht das wahre sein, weil er zu viele Anschlüsse für Typ A noch braucht. Aber ich finde das einfach geil. Und den auf den richtigen Weg, muss ich ehrlich sagen. Ihr wisst ja, dass S-Hawk auch Live-Mixer-Mainboards hat. Das war zum Beispiel das liederne Board oder das orangene für AMD. Und hier gibt es das Ganze jetzt deutlich schlichter. Der Vorteil des Boards ist, dass es deutlich schlichter ist, viel mehr Leute anspricht. Aber schaut euch hinten mal die USB-Anschlüsse an. Also insgesamt haben wir dort zwölf Anschlüsse, zumindest Typ A, plus nochmal zwei Typ C-Anschlüsse. Und dann kommen ja noch die ganzen Anschlüsse dabei, die wir das Soundpanel haben. Das heißt zweimal USB 3.2 Generation 1 und nochmal Generation 2. Also wirklich krass. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele von euch sehr interessant sein wird. Auch die Spannungsversorgung ist hier definitiv mehr als ausreichend. Also sehr, sehr cool. Übrigens sehe ich gerade auch nochmal, der Audio-Chip ist auch nicht von schlechten Eltern. Also sehr, sehr coolen Weg, den ja S-Hawk geht. Und man muss auch sagen, wenn Räumer hier hin und her schwenkt, das Design der ganzen Boards, also es gibt hier kein Board, was wirklich hässlich ist, wo man sagt, hey, das würde ich mir nicht einbauen. Also S-Hawk geht da schon einen guten Weg. Ist nur die Frage, wo gehen die Preise hin? Gibt es da noch was Ansprechendes? Ich kann mir mal gut vorstellen, dass das Live-Mixer wieder preislich sehr attraktiv wird. Und ja, gucken wir mal, was S-Hawk noch sonst zu bieten hat. Ja, wir sind hier nochmal bei einem schönen Komplettsystem. Einfach um das Ganze jetzt nochmal hier abzuschließen am S-Hawk-Stand. Ja, also die Entwicklung von S-Hawk ist wirklich top. Bin ich der Meinung, auch Roy der Meinung. Aber Roy kann auch gerne nochmal was dazu sagen, wenn wir hier schon zusammenstehen. Ja, designmäßig auf jeden Fall eine exponentielle Steigerung. Wenn man sich S-Hawk Boards vor vier, fünf Jahren angeguckt hat, wie das aussah und wie die Boards mittlerweile rüberkommen, ist halt richtig gut geworden. Es ist hier kein einziges hässliches Mainboard dabei, wo ich sagen würde, das würde ich mir so nicht kaufen wollen. Also das neue Line-Up, was AMD sowohl als auch Intel angeht, ist wirklich stark geworden. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ja, wäre schön, wenn wir da mal was in die Hände kriegen zum Testen. Aber das wird die Zeit zeigen. Bis dahin, macht's gut, euer Roy. Ciao. Haut rein. Ciao.